Hallo und willkommen. Sie können auf dem Sport Digital Fußball Kanal das Spiel des 36. Spieltages der englischen League Championship zwischen Queen's Park Rangers und West Bromwich Albion an diesem Mittwoch, dem 6. März 2024, um 21 Uhr live verfolgen. Das Endergebnis wird nach Ende des Spiels in der Videobeschreibung hinzugefügt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald.